hallo das ist die dax analyse für jetzt habe ich es mal verkehrt gesagt ich sage immer hallo hier ist der martin von money manches das ist die dax analyse für nun mittwoch den 2. februar 2022 und unser dax der hat hier heute ordentlich theater gemacht die 200 tage linie mal loszulassen also das waren schon leichte suchterscheinungen er hat schon ordentlich rumgebrüllt und er hat es gemacht oben wie unten gestänkert aber wir haben es jetzt drin wir haben es drin wir haben tagesschluss über der 200 tage linie bekommen und damit ähnlich wie im dezember 7 handelstag unter der 200 tage linie geschlossen dann den achten wieder darüber muss allerdings sagen wir hatten ja darüber gesprochen dass beim letzten mal das ganze 450 punkte ausmaß hatte haben deswegen auch gesagt platz wäre grundsätzlich ja bis zu 900 hoch und dann geht es schon etwas enttäuschend na also das ist schon nicht nicht tolle viel passiert untergeordnet hat mir glaube ich gesagt wenn er oben rausgeht hier über die 5 64 wäre dann eben interessant wenn er über die über die über den trigger einfach drüber geht dann sollte man noch mal ganz genau hingucken ob dann ein umkehrsignal kommt er hat tatsächlich eins gemacht hat hat es jetzt gemacht hat versucht einen fehlausbruch zu stellen hat dann unten aber auch ein fehlausbruch gemacht ein kleines mistvieh das war das was wir gestern auch gesagt haben dass wenn er von oben dann wieder hier auf die auf die tops auf die tops drauf setzt dass das dann auch eine chance nach oben wäre um dann eben long zu suchen na ihr erinnert euch so hat man es gesagt ich würde vielleicht short suchen wenn er hier umkehrt oder wenn er von oben dann eben auf der zone sich stellt dass man dann vielleicht auch den einen oder anderen long nach oben probieren kann wird es jetzt auch hier so erstmal auf course bleiben würde sagen okay lassen wir nach oben noch laufen einem würde ihm jetzt hier die 750 780 noch als ziel geben das wäre dann auch so etwa die channel kannte von dem aufwärtstrend den wir quasi über die tiefste ziehen können und über die achse beziehungsweise das stimmt nicht ganz muss ich überlegen untergeordnet hat es genau gepasst wie haben wir denn hier haben wir den den gezogen hat das ziemlich genau gepasst auf 67 muss man aber später angucken dass man daher hier mal jetzt außen vor fakt ist die 57 87 80 wäre jetzt hier das erste ziel aber muss natürlich auch sagen ist es mittwoch halt mittwoch sind nicht so die klassischen turnaround tage wo jetzt irgendwie mittags und hochsetzt und dann komplette wochen umkehr ein stellt das ist eher typisch für einen dienstag oder für den donnerstag nicht aber für mittwoch mittwoch sind immer so diese bindegliedetage sag ich meistens zwischen zwischen einem dienstag und einen donnerstag und wenn man das ist so anschaut kann er halt schon besonders hat durchsteigen und deswegen sollte man halt auch so ziele da im bereich von 900 870 mit einplanen und dann eben auch ja also dann auch wieder ins gap close rein hier in die 49 da ist noch ein offenes gap hier haben wir noch ein offenes gap 7 wartet mal was ist das ist natürlich jetzt genau der timecoder von der aufzeichnung hier davor wartet mal close haben wir oben bei 15 7 68 also 15 770 haben wir noch ein offenes gibt und 15 49 damit passt das eigentlich ganz gut das deckt sich ja legt sich übereinander bei 67 die channel 77 das gäbe 87 horizontale unterstützung 57 auch damit wäre das jetzt hier zum mittwoch sag ich mal schöne anlaufzone die man in die man noch rein treten könnte dort vielleicht erst mal einen teilverkauf machen wer hier langs trainer hat na für den fall dreht sich hier wieder deutlicher runter das ist eine gute bastion die vorher nach oben hin immer verkauft wurde er gekauft wurde und oft sind die bereiche dann eben von unten kommt halt als widerstände anzusehen so dass der markt die dann doch tatsächlich auch ab verkauft na und würde ich nicht noch nicht ausschließen dass es sich schon mit der 200 tage linie abgeschlossen hat so wie er darum geeiert hat na also so wie er jetzt hier steht wird es schon denken hier kommt jetzt noch was grünes richtung 57 87 und dann vielleicht schon wieder zurück auf die 200 tage linie und bleibt dann hier stehen mit so einem fetten mit so einem fetten schatten oben an der kerze dran auf tagesebene dann hätte natürlich am donnerstag dann schon ein bisschen schmack ist nach unten zu kommen aber wie gesagt wäre für einen mittwoch eigentlich untypisch für mittwoch typischer wäre schneller start hier hoch oder eher sogar gleich schwacher start nach unten so 6 40 6 30 dann flotte möhre nach oben schon bis zum mittag 1 57 reinsteigen einfach zurzeit rauslaufen wäre viel typisch für mittwoch und dass es jetzt hier einfach raus läuft und dann fuchtelt der donnerstag ja noch mal quer rum und dann geht es wieder ein bisschen abwärts das würde ganz gut reinpassen unten würde ich sagen unterhalb von 15 50 tauchen wir wieder in diese range zone ein vorher bin ich gar nicht so motiviert short zu suchen ich glaube die 57 87 die kann man schon mal probieren da oben aber da muss man wirklich mit ein bisschen fingerspitzengefühl reingehen und sich die kerzen auch genau angucken weil momentan sehr sehr viele wieder sehr stark short motiviert sind so gegen short mit russland und ezb und zinsen das kriege ich jetzt wieder gerade viel zugeschüttet martin der markt muss doch viel weiter runter das hat mich persönlich heute ein bisschen verwundert weil ich eigentlich den eindruck hat das sind viel mehr long orientiert gewesen vielleicht war es jetzt heute so ein sonderphänomen weil wir hier einfach mal lange grüne kerzen drin hatten instinktiv hauen privatanleger da einfach immer gerne short dagegen und nehmen dann auch gerne mal stop loss raus und dann wird machen sie sich hinterher gedanken was er dafür quatsch gemacht hat deswegen sage ich immer sichert euch position ab wenn ihr so ein setup handelt wie das was wir besprechen 57 87 brecht spricht man sich keine krone ab wenn man einfach ein stop loss dann direkt dahinter legt nach der kerze die man als initial start signal quasi nutzt und dann hat man immer das knapp abgestreckt kann die schönen zonen hin und her traden ohne dass man hier tage wochen monate irgendwie irgendwas im minus aussetzen muss ja und dann denkt man ist der größte hält weil das irgendwann wieder ins gewinn in den gewinn kommt das hat sehr uneffizient im trading halt weil ihr habt die technische analyse zur verfügung ihr könnt sie nutzen ihr könnt die zonen nutzen ihr seht dass der markt immer wieder diese zonen anspielt reagiert immer wieder diese bewegung erzeugt ihr seht er macht nie immer das was wir haben wollen aber ihr seht er reagiert hat immer in den zonen immer wieder immer wieder das erkennt denke ich selbst ein blinder mit krückstock auch wenn wir zwei drei leute hier haben im als in oder den zuschauern die das ihr leben lang nie verstehen werden aber die habe ich zwischenzeitlich auch schon gemutet das gucke ich mir nicht mal was die schreiben das ging zeitlang habe ich den versuch zu helfen aber die wollten die hilfe nicht schon von daher ist das auch okay im fakt ist wir haben technische zonen wir haben bereiche trigger punkte und der markt nimmt die einfach an sehr bestätigt sie erläuft sie an und deswegen sollte man sie auch nutzen einer der wichtigsten punkte ist hier 57 87 und darüber eben dann auch die zone in die 900 rein also ich sag mal so 880 bis 940 das wäre so die zweite zielzone dass die erste deswegen wäre vielleicht long drin ist dann hier so teilverkauf ziehen hier oben dann erstmal stecker vielleicht wenn das gäbe ist könnte ich mir vorstellen dass hier noch mal ein größer größer größerer schwung ausgeholt wird so in die richtung wenn er positiv dann bleiben will so lukas bleibst du hier schön schlafen ha ja du bleibst schön schlafen so dann gucken wir noch mal noch nee wir sind ja eigentlich schon im zwei stunden chart unterwegs die tageschart haben wir schon gesehen ja dann können wir eigentlich schon zu machen ja hatte lukas wieder recht sagt die analyse hat jetzt fertig zu sein es hat gestern schon gut geklappt klappt jetzt hier auch gut und deswegen würde ich sagen unter 550 kriegt abwärts tendenzen rein in die 460 rein in die 410 alles was über 55 passiert hat erstmal schlechte motivation nach oben das ist einfach so na es ist der markt tritt auf er zeigt grün er zeigt stärker er kämpft sich über die 200 taglinien zurück das ist jetzt nicht unbedingt der punkt wo man massiv short suchen muss wenn er aber fette rote kerzen wirft dann darf man das auch das ist nicht verboten das wird immer gerne mal falsch verstanden dass der eine oder andere sagt na martin da ist gesagt wir sollen hier long 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 wenn ihr da eine fette rote klatsche sieht heißt das nicht dass ihr long rein sollt ne das da wird mir mal gerne immer das wort im mund verdreht weil wichtig ist dass ihr mit dem markt handelt und wichtig ist dass ihr betrachtet dass wir nie wissen können was passiert niemals ne aber wir haben immer wieder diese zonen wo wir einfach eine erhöhte wahrscheinlichkeit haben dass eben was passieren kann und das kann man dann antraten absichern und dann wird ein schuh draus halt ne ja und von daher kurz und knackig unter 55 risiko auf 4 60 4 10 ansonsten erst mal weiter kurs richtung 57 87 und wenn die zone nicht nach unten ausschlägt dann eben auch richtung 8 80 49 das ist so ja machen muss zu hat lukas recht wünsche euch viel erfolg gutes gelingen zum mittwoch nun und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss 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 Vielen Dank.